herzlich willkommen zum unboxing der apple airpods pro zweite generation ja ihr habt richtig gehört ihr seid immer noch auf einem vinyl channel aber trotzdem gibt es heute mal ein apple produkt ehrlich gesagt habe ich schon mein ganzes leben darauf gewartet irgendwann mal ein apple produkt unboxing zu machen weil ich ja bekanntlich ein großer fan bin und selten hat irgendwas mit vinyl zu tun naja und jetzt bin ich ja hier auf dem vinyl und channel und habe mir doch überlegt mit dem titel kann ich hinter das und eigentlich setzen was immer ich lustig bin und diese freiheit die genieße ich heute mal naja eigentlich gibt es ja tatsächlich in vinyl bezug hier zu den airpods pro denn es ist letztendlich so ich bekomme in der venue community wahnsinnig viele tipps für schallplatten in die man doch mal reinhören sollte gestaltet da meine diversen playlists habe ich auch schon öfter in den clubhouse talks erzählt ja meine kopfhörer genuss playlist zum beispiel in der ich dann wirklich mit guten kopfhörern musik höre aber ich habe auch genre playlists wo ich verschiedenste musik durch höre und nicht immer schaffe ich das abends gemütlich auf der couch mit bester qualität sondern manchmal lohnt es sich halt einfach auch von unterwegs musik hören zu können und da gibt es aus meiner sicht nichts besseres als das hier und ich möchte euch im video auch noch mal erklären wieso ich persönlich das so sehe ich hatte schon die airpods pro der ersten generation und war vom ersten tag an begeistert von diesem produkt und habe sie immer getragen eigentlich täglich jetzt ist es aber so sie sind leider kaputt gegangen zweimal sogar ich habe sie zweimal reparieren lassen wegen irgendeinem nervigen rappeln und klingeln naja und jetzt wo es zum dritten mal kaputt sind habe ich einfach keine lust mehr gehabt jetzt wieder reparieren zu lassen diesmal geld zu bezahlen und habe mich einfach darauf gefreut dass es jetzt demnächst eine revision gibt und heute ist endlich das produkt gekommen ich habe es natürlich wie meistens bei apple produkten direkt nach der bekanntgabe oder bei nach der erscheinung im store geklickt also kaum war das produkt sichtbar habe ich es mir geholt und deswegen bin ich jetzt auch früh dran gekommen und freue mich euch das produkt heute vorstellen zu können auspacken zu können was bei den airpods pro von anfang an das geniale war war einfach diese usability man steckt sie rein sie verbinden sich sie funktionieren ist isoliert von seinem umfeld in bahnbrechender qualität also quasi diese geräuschunterdrückung die jetzt angeblich noch mal verbessert sein soll also doppelt so gut sagt apple sie war ja vorher schon fantastisch die adaptive transparenz dieser entgegensetzte modus wo man sein umfeld gut hören kann soll jetzt noch mal verbessert worden sein so dass extrem laut geräusche wie beispielsweise sirenen oder elektro werkzeuge raus isoliert werden das schöne ist ja man kann mit einmal klicken wieder links oder rechts je nachdem wie man es eingestellt hat sofort diesen modus umschalten und ist damit wahnsinnig flexibel unterwegs gerade beispiel man steht an der kasse hat vorher musik gehört und muss jetzt interagieren das geht bei diesem produkt fantastisch und deswegen macht das auch so viel spaß das 3d audio lässt sich nun personalisieren andere hersteller haben mit sowas schon begonnen ich habe das zum beispiel bei kopfhörern von sony schon gesehen jetzt zieht wie so oft apple nach und versucht vorhandene technologie zu verbessern das ganze funktioniert mit der true dev kamera vom iphone man erstellt quasi eine fotografie vom ohr und individuell wird das ganze angepasst außerdem sorgt der adaptive equalizer dafür dass die musik sozusagen an die ohren angepasst wird erreicht wird durch mikrofone die sozusagen innen den ton analysieren in echtzeit was ich auch sehr cool finde und ein manko an der ersten generation war ist dass man jetzt mit einem vision dafür sorgen kann dass die lautstärke nach oben oder unten reguliert wird das war vorher eher beschwerlich bei den airpods pro ich hatte mich dann inzwischen daran gewöhnt immer mit der apple watch die lautstärke zu regulieren und nicht direkt an den kopfhörern über siri was ja bis dahin im prinzip die einzige vernünftige möglichkeit war die vorher bereits vorhandenen funktionen bleiben uns erhalten man kann also in einstellungen menü nach wie vor justieren ob man gerne die linke oder die rechte seite für welche funktionen auch immer verwenden möchte bei mir war das in der regel so eingestellt dass ich auf einer seite die wiedergabe stoppen konnte fortsetzen konnte dass ich aber auch gleichzeitig auf der anderen seite die geräuschunterdrückung von dem modus geräuschunterdrückung auf transparenz umschalten konnte außerdem lassen sich mit dieser funktion natürlich auch anrufe annehmen auch so kann man das schon von der ersten generation um den vollen funktionsumfang der airpods pro nutzen zu können ist es erforderlich auf die neueste version des betriebssystems zu wechseln hier führt kein weg an ios 16 vorbei es ist aber auch möglich mit eingeschränkter funktionalität die geräte trotzdem miteinander zu koppeln sechs stunden wiedergabe zeit wird mit einer ladung versprochen der neue hat zwei chip verspricht brillante höhen und tiefen außerdem satte bässe sogar das mikrofon soll jetzt bei den anrufen zum beispiel besser klingen vier mitgelieferte silikon tipps sollen dafür sorgen dass das teil in jedem ohr passt es gibt xs sm und l 3d audio kommt jetzt auch in die gruppen facetime anrufe was dazu führen soll dass man das gefühl hat die familie die freunde sind mit einem im raum mit dem case zusammengerechnet kommen auf insgesamt 30 stunden laufzeit und das ist doch schon ganz beachtlich mac safe wird zur aufladung auch unterstützt und was auch noch mal eine ganz nette innovation ist es ist hier so eine trage schlaufe gleich mitgedacht am case dass man das ganze an die handtasche oder an rucksack zum beispiel hängen kann das case hat außerdem noch ein paar cool features mit dazu gekriegt dies vorher nicht hatte zum beispiel wurden so kleine lautsprecher integriert die begrüßen einen auch gleich schon bei der ersteinrichtung nämlich bei der kopplung haben die eine funktion aber auch wenn man jetzt zum beispiel das ladecase verloren hat und es finden möchte dann kann man so ein signal aussenden durch das case um die dann schnell wieder zu finden außerdem gibt es eine warnung wenn die batterie einen kritischen zustand erreicht wahrscheinlich nerviges geräusch aber vielleicht manchmal ganz praktisch dass man den moment nicht verpasst weil es ist mir sehr sehr häufig passiert bei den alten dass sie dann gerade entladen waren wenn ich sie gebraucht habe aber ernst genommen habe ich sehr ständig gebraucht also sie waren wie gesagt in dauerverwendung ipx vorschutz für case und kopfhörer ist auch mit dabei heißt die dinger sind vor wasser und schweiß geschützt ja lasst doch gerne mal ein like da und sagt mir ob ihr bock habt ein bisschen mehr von mir und den apple airpods pro der zweiten generation zu erfahren gerne kann ich euch auch mal einen kleinen report bericht machen wenn ich die dinger jetzt eine weile hier in der everyday use hub und euch berichten ob das ganze so cool ist wie der hersteller das verspricht ist da interesse von euch vorhanden ja es ist kein venü dann schreibt es doch gerne in die kommentare dann mache ich da vielleicht mal demnächst noch was schönes für euch von meinen lieblings kopfhörern und naja vielleicht sieht man sich ja auch noch mal in einem anderen video wenn ihr jetzt zufällig als apple fan hier gelandet seid und meinen kanal gar nicht kennt und trotzdem aber eine musikleidenschaft habt und euch für vinyl interessiert schon angefangen habt euch zu interessieren vinyl sammelt oder vielleicht überlegt damit zu beginnen da seid ihr hier sehr richtig schaut euch einfach mal an was es bei mir so alles gibt und daher auch ein abo da lassen würden wir freuen und ja dann sehen wir uns ganz bald im nächsten video macht's gut ciao